Was ist der Scheiße, soll der Scheiß noch fünf Jahre gehen, oder was? Drei Stunden später... Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Display auf meinem YouTube-Sendor Game-Accounts. Nämlich GoWiKaisen. GoWiKaisen ist ursprünglich für die wir ersehen und ist nun, ich glaube am letzten Schultag vor dem Sommerfeld bei uns in Bayern, als Portfolio Nintendo Switcher-Szene. In GoWiKaisen, wie ihr gleich so sehen werdet, ist man auf einer Urlaubsinsel und erlebt verschiedene... ...erlebt verschiedene... Sechstellungen... Ja, egal. Wir spielen, wie ihr es vielleicht auch merkt, nicht alleine, sondern im Together. Mit einem anderen Typen und... Wir spielen Together. Du könntest auch mitspielen, wisst ihr? Ja, wir spielen jetzt zu dritt. Ja, wir spielen Together. Ich höre das eigentlich ein Fehler, weil das das schlimmste Spare auf meinem Sandler werden wird, aber... Müsste ich auch mal wieder spielen. Nein, du setzt dich nicht dahin. Zurück. So, du darfst so spielen. Okay. In meinem Zimmer wäre noch dieser Soycon Crypt, aber den wirst du nicht brauchen, du wirst es so hinbekommen. So, wir machen Doppel-Controller und spielen zu dritt. Nimm es ganz genau so. Ähm, so. Du musst nur noch einen neuen machen. Nimm einfach einen vorigen Bestellten. Ne, da hat er mir. Ich glaube, du hast einen Mie. Ja, ich hätte auch einen gehabt. Nimm einfach Gamma-Accounts. Nimm von Recht von Avataren, die sehen schön aus. Kannst einfach den Avatar oder der Mie nehmen. Avatare sehen besser aus. Achso, ich muss anziehen. Wissen wir dann, Avatar. 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 Hier, gib mir halt, stelle die Controller in die Hand. Es geht doch schneller. Ja, such du dir was aus. Nimm großer Junge. Wir, wir haben beides mal gleich vorhin eine Testaufnahme gemacht. Die wird es nicht, die nix war wegen Facecam. Und dann nimm auch Kakashi, Alter. Wir machen es ohne Facecam, weil das zu Tritt nicht funktioniert. Mit Facecam. Kleiner Spoiler am Rande. Warte, 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 zurück, zurück, zurück. Jetzt darf wir anstoßen. Dragon Ball, Mann. Und dann eben ohne Facecam. Und deshalb haben wir beide eben schon einen Account. Hm? Ja, das einfach so passt schon. Ich kann mich einfach normal belasten. Macht keinen Sinn, es zu ändern. Ist doch völlig egal. Nein. Macht keinen Sinn. Mach einen ganz kleinen, komm. Bist jetzt der, drück A. Was machst du? Was machst du? A und B passt. Digger. Jetzt hast du mir ausgewählt. Dann nehm ich einfach den Scheiß drauf, Alter. Hahahaha. 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 Sehr schön, danke. Sieht dir sehr ähnlich. Muss ich dir sagen. Du auch? Gut. Hahahaha. 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 gerade nicht genau aber jetzt sehen wir erstmal was uns hier das tolles erwarten wird in dem tollen wie er muss das ganze vorlesen das ganze vorlesen gletschen für jeden da kann man tauchen und boots fahren sowas dann gibt es das nie resort da macht man halt ein paar füchse ficken dann macht man auch ein paar hunde oder hirsche weiter da tut man halt sie fahren da gibt es mountain resort da tötet man ja eben ein boot herumfahren und so weiter tennisspiel halt sommersex machen und das city resort das ist das geilste das eben das city resort und das ist eben go beckerst du meine damen und herren so willkommen auf der kawaii insel also das ist die ja reise für reine leitet uns hier durch das ganze soll sie juckt und wir wollen jetzt erstmal und die kann ein set boot finden ja wieso bin ich da wird wer bin ich eigenes du bist der blaue und das ist aber nicht gut dann tausst mir mal kontrolle ist mein kakashi der juli ist mein kakashi der fach juli immer der kontrolle ich will kakashi sein keine ahnung was ich hab das jetzt so komisch belegt ist total dämlich ja wo bin ich das jetzt wo bin ich jetzt wo bin ich jetzt wo bin ich da bin es und ich bin ja nicht aber da jetzt ist das xbox problem habe ich auch hatte ich vorhin auch das war die 10 schlimm zumal viele next box haben ja ja wo es einfach besser ist diese typische xbox qualität gar xbox mit zwits kann man ja nicht vergleichen aber so nintendo braucht gut konsolen das kann man ihnen lassen konsolen können sie war so wie so kommen die wackelung das spiel 1 jetzt ist tatsächlich ach gut dass daneben ist jetzt also zuerst macht mir dieses hat die eier an alter jetzt müssen wir die markierte ja mann wo bin ich jetzt eigentlich ach mal wieder auch gott mann ich kann ich kann auf die störung nichts zuerst ich weiß dass wir dahinter müssen mit x geht es oder was willst du von mir mit welcher taste geht es los mit y danke bitteschön so jetzt macht juli da oben wo mussten wir denn hin ich bin oben müssen wir rechts und links verreicht da zu der tunte alles gut alles gut jungs ich habe heute eh schon mal der also ja wie weit drangem an den fach wurde kalt gefresse da müssen die y drücken im maul halten der sieht aus wie siehst du den keller da drauf steht alter sasuke zu 100 prozent es ist einfach so er sieht einfach 1 zoll aus wie scheiß sasuke man das ist da war ein reiches hier in ihr von einem gegner beschleunigen und es sollen ja so gibt man speed man kann nicht und zwar rt land riesig zu ermitteln damit kann man sich ihr web kl Restaurate da muss man ins Leben kommen musst du einen ist dass beslissen nur und das von mir die USA sagen ich fliege einfach total lang was mich aber eher weiter nach hinten gebracht hat ja das dritte anziehen kommen du hast gewonnen was stand da ja ich sehe mir das drücker jetzt darfst du mal abdrücken alter ja wir tanzen hier rum und freuen uns an ab aber die sonnenbrille passt hier rein von dem ich muss erst sagen passt hier jetzt fallen wir auf dem sündestrand du lass noch mal A drücken ja mann und jetzt beenden guck mal nicht mal eine Sekunde da ist schon wir haben Rüst knapp hintereinander ja man kann so imbissen gehen das ist doch was denn ich hab ja gesagt du musst erst mal RT drücken ja aber ich glaub damit wird man nicht schneller du kannst halt über Leute drüber lupfen so ich geb doch einen weiteren Weg vor uns aber übermachter bekanntesten Meister wenn ich verbessern willst dann komm bald wieder drückt A Gammacauts da wird Chris von 15 weiter so neuer Rekord ich bin schon auf den nächsten gespannt Juckt mich nicht mach weiter den Scheiß weiter 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 den Scheiß das muss er machen ihr müsst A drücken ich hab schon jeder muss A drücken wir lumpen eher lumpen jetzt musst du wieder A drücken du 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 Lappmann ah nein ich bitte darum Agrarökonom A drücken du Bauer du bist jetzt tausend du bist ein Agrarbauer du bist ein Agrarbauer das bin ich sorry hier guckt mich aber auch nicht da steht kawaii von dem das finde ich lustig ok jetzt labert die also die fristen ganz nur was prüfen wir was alles so nix ist unnötig so ähm ah Wunderrasse hm so jetzt machen wir glaube ich das nächste hier auf auf wuuh bei der auf so ich ich schau mal das AAH wir haben Kinder angefahren hehehe hehehe man kann Kinder anfahren wie geil aah alles da hehehe maa haa blabern und nicht nur scheiße erzählen ähm ähm erzähl mal ein paar Witze komm einfach erzähl mal ein paar Witze hehehe ich bin fett ne so ähm Zeitbrot AAH wir machen aah Spinntrenn Stufe 1 was machen wir nein Stufe 3 alter Eilzunge scheiß drauf no risk no fun das heißt ernst ja wir fang immer mit den einfachen Ambar haben wir doch schon nein das war der das nein das war die ähm nein 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 wir werden so verlieren wir werden so verlieren man hehehe fuck man ich hab also ich bin da vorne grad Alter das ist ein scheiß Alter da sind so riesen Felsen im Weg man das ist auch das wehste was es gibt hier ne ja deswegen ist sie auch im loskrieg ich hab mal wieder äh ich hab mal wieder äh ich hab mal wieder voll auf ein Felsen im Bildschirm geschaut das ist einfach so fuck lol das ist das ist halt einfach so das ähm damit du mir einfach auf ein Felsen im Bildschirm geschaut ich überhole die mother fucker spring über die einfach drüber hab ich nicht anders gemacht ich bin 5 da und das zieh dich nicht mehr an er hat in meiner nähe Alter ha du bauer ja genau ich klatsch jetzt dagegen ich auch von dem ja alles gut ich bin auch dagegen geklatscht scheiße das ist hier ein richtiger Scheißmann es geht hier ab was geht hier ab ich krieg hier so ne Krise grad wo seid ihr ja vorne da wo du nicht bist ja aber wo ganz vor in ner Höhle oder auch in den Alter was hat was verfickt weißt du das ist halt einfach hast du dumme Nutte mich grad angefasst ey Wortwahl hier hallo ich schieb dir gleich deine Wortwahl in den Arsch dann weißt du was Wortwahl ist Junge du kommst zum Schreiß der Kritz ja langweilig mich nicht älter ich hab's fünfter aus DPD ab wuh so ein Kinder weißt du nicht wie man springt David doch warum nutzt es dann nicht Junge ich nutze das auch aber ja anscheinend ja falsch ja ich hab dir einfach als ein Bild springes hat das hab mich dann zurückgelagten das ist das Problem einer ganzen Sache ja genau ja ist so ja das könnte ich auch sagen ja ist so so also ich bin nicht gut aber das ist jetzt okay was was drückst du jetzt von der Zeit Digga was für Traurig so ach wie viel Einführung es hier einfach gibt ne warte hm können wir auf den anderen Bildschirm Netflix oder so anmachen das hab ich mir auch schon gedacht so Naruto oder so nebenbei schauen alter wir haben echt immer so die gleichen Gitter hey ich gib mir schnell meinen Controller stopp du hast doch recht gestartet bist du behindert warte so ähm also ich dachte gerade schon so alter ja hey Resort wechseln nimm mal Resort wechseln ich will Schwertkampf wir gehen jetzt mal einen Shop mit dir hey du Mutter geh auf Resort wechseln wir gehen jetzt ins Hop nee wir haben nur einen bist du geh doch auf geh doch oh David 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 wartet mal so mach ich mich ab Cockschill Rückhandschelle oder auch Zuhörterschelle genannt bist du denn das Erde kleine Bitch hör mal zu hör mal zu was mach ich denn jetzt in Ernst hör gleich erst auf damit erstmal hör mit dem ständigen Beleidigungen auf das ist halt doch dein Maul hörst du nicht zu was mach ich denn das ist so vor allem von ihm ja was mach ich denn wir hatten davor schon eine Aufnahme gemacht da war alles Hypesystem drauf ja was hab ich jetzt irgendeine Beleidigung gebracht Alter nein er ja ihr nehmt euch jetzt wir nehmt euch jetzt beide oder beide fliegen ich bin beide fliegen ne zumindest zumindest du kannst noch die fliegen ich hab auf diese Kindergarten das heißt keine Lust obwohl ich es eigentlich von dir erwarten würde einer muss es ja übernehmen wenn du es nicht machst ich bring mir jetzt ich bring mir jetzt den Dex okay hey bring mir eine Spezi oh doch ich darf nämlich kein Bier trinken du trinkst auch kein Bier darfst du ja nicht das Becks nehmen nein also magst du eh kein Becks aus es ist mir gut nein es ist wir können uns Eustee mit dem Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020